Hallo, Fabian Witz, 21 Jahre von Westfalen-König. Hi, schön, dass du das heute mit mir machst. Du bist gerade zum Spieler des Tages gewählt worden. Was bedeutet dir das? Wie wichtig ist dir so eine Nominierung? Das ist am Ende ganz schön, aber wir haben erstmal von Runde zu Runde geguckt. Erst mal Vorrunde durchkommen und dann ist sowas für Krönung ganz gut. Super, ja. Vorrunde habt ihr sehr souverän geschafft. Gerade 12-0 gegen Blanos gewonnen. Was zeichnet euch als Mannschaft in der Halle, auch in den letzten Turnieren und jetzt hier aus? Ich glaube, dass wir einfach sehr souverän alles durchspielen. Keiner macht die 1-Aktion, das steht bei uns ganz gut hier heraus. Und wollen, weil wir komplett eingespielt sind. Wir haben in Nürnberg und 12 Turnier gespielt, den Ausfahrkampf ist dort gewonnen. Und jetzt sollen wir das Trippel holen. Super, also ist auch ein klares Ziel, als Favorit hier den Sieg zu holen? Ja, genau. Ja, Favorit würde ich jetzt ehrlich sagen. Es gibt immer noch Preuss und Munster, die einen starken Kader haben. Aber im Ausfahrkampf haben wir ein souverän an die Wand gespielt, sag ich mal. Aber natürlich, wenn man das Ding hier gewinnt, wenn man schon die Endung bekommt, dafür gehen wir alle. Super, vielen Dank! Ja,ki Accord, wie's die Eingricks nicht vor dienen Politiker haben! ...und dann query uns auf die Eisberage hoch und kurz da herr chances in den Armand zu것 be probieren. Vielen Dank!